Und vor allen Dingen nicht, weil du, wenn du frahst. Na kommt schon Jungs. Macht schön entspannt, nicht zu viel Kills. Gebt Lukio mir ein bisschen Zeit. Poorplace, hallöchen. Wir haben viele Randoms dabei. Wir haben, glaube ich, ein Random. Wir haben. Nee, gar keinen. Wie der Sniper? Nee, wir haben gar keinen Random. Aber Thomas hat bei mir schon so viele Kills geklaut die ganze Zeit. Wer von denen? Thomas, bitte nicht so viel Kills klauen. Oh mein Gott, schnelles Mack. Ich habe noch nie so schnell nachladende Waffe gesehen wie die. Ist heftig, ne? Leck mich am Arsch, du musst schnell nachladen. Oh mein Gott. Ich will hier in Ruhe mit der Versuchung und dann kommt der Rehvox, der Schwuchtel. Der Schwuchtel? Ich will hier in Ruhe mit der Brüte. Ich will hier in Ruhe mit der Brüte. Das andere ist da nicht. Digga. Oh Gott, ein Schrotflinte. Wir sind alle bei mir. Rehvox, spiel mit Shotgun. Ich spiel mit Precci. Verbündete Drohne näher. Kurz vorm Hater. Mit der Bretschi Revox. Er kommt Aladin, geht nicht Aladin. Lass mir die, lass mir die, lass mir die, lass mir die. Diese Shotgun, Alter. Skrupellos. LV ist doch nicht so meins. Ich glaube Eilungszeit, Eilungszeit ist das besser. Revox, du bist der größte Tuchung. So, bitte stirb an Aids. Verbündete Drohne nähert sich. Ja, Thomas, nicht viele Kills, ne? 11, 13, 12, 12. Ich kann halt keine Kills machen, ich sterb so oft, das ist so gelassen. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Kann ja keine Kills machen. Oh mein Gott. Der hat die PPC Revox. Oh, stirb doch. Jungs, keine Kills mehr machen, bitte. Auf wie viel bist du? Puh, ich kann nicht gucken. Verbündete Drohne nähert sich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sieben vor. Sechs. Diesen Kämpfer mit der, mit der Stadt dann holst du mir, oder? Verbündete Drohne nähert sich. Komm runter, Decker. Vier. Der Sieg gehört uns. Oh mein Gott. Jungs, mach keine Kills mehr, bitte. Äh, vor mir ist der gesamte Spawn, komm mal mit zu mir rüber. Drei noch. Drei noch. Hört auf Kills zu machen. Hört auf Kills zu machen. Ja, ich mach gar nicht. Ja, jetzt bin ich gestorben. Bitte, gib mir. Drei. Ein. Eine. Ja. Yes. So. Einen schönen Abschluss, Kämpfer. Nehmt. Ich nehmt. Ich glaub ich ne Sniper abzuschieben. Ich glaub ich ne Sniper abzuschieben. Ich glaub ich ne Sniper abzuschieben. Jetzt ich freu halt so süß. Ja, ich glaub ich ne Sniper abzuschieben. Ich hab ein paar Bomben regnet. Da ist die Nuke, Leute. Jungs, vielen Dank fürs Warten mit den Kills. Wer hat eigentlich Sniper abzuschieben mit dieser Waffe. Wer hat eigentlich Sniper abzuschieben mit dieser Waffe gemacht? Ich. Thomas, vielen Dank. Ich bin so geil. Ihr seid geil. So, jetzt sollten wir weiter Publik. GG. Ich hab so hart geschwitzt. Die wird definitiv hochgeladen. Ich hab so hart geschwitzt. Ich lade jetzt gleich hoch. Krass. Leute, vielen Dank, dass ihr über die Kills kurz gewartet habt. Oh, ich hab Probleme. Ich war zweimal kurz vor, kurz vor Tod. Okay, guck dir die Lobby an. Einmal die KM und einmal die Dingo. Guckt ihr euch an, Jungs. Ja, die Dingo hab ich dir so den Arsch gerett, dass ich die gekillt hab. Da ist die Nuke. Da ist sie. So, das ist auch ne Poppunz spielen und ja, ich mach aus. Ich kann heute auch nicht mehr und dann lade ich die hoch. Jungs, Ehrenaktion von euch. Leute, wenn das nicht ein Abo und ein Like verdient hat. Nice, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Oh Leute, ich hab so geschwitzt. Ihr habt keine Ahnung. 31 KD damit. 31 KD damit. EreBolстве